Ja, Kevin allein zu Hause. Ja, nein, New York, besser. Da war ich schon viel zu alt. Was? Das ist doch ein Klassiker. Habt ihr Filme aus eurer Kindheit, die euch geprägt haben, die ihr gerne zu Weihnachten angeschaut habt? Bei dir weiß ich es jetzt schon, Laura Jobe, vielleicht kommt noch was dazu? Ja, Kevin allein zu Hause. Ja, nein, New York, besser. Da war ich schon viel zu alt. Was? Das ist doch ein Klassiker. Ja, stimmt. Ist ein Klassiker und habe ich nicht gesehen? Gibt es da irgendwie so eine Art Feel-Good-Routine rund um Weihnachten, was mit Filmen zu tun hat, dass man sich da gerne kitschige, mehr oder weniger kitschige Weihnachtsfilme anschaut? Also ich schaue mir selten neue Weihnachtsfilme an, weil ich halt, ich weiß nicht, ich mag so die Erinnerung an Klassiker und klassische Filme auch. Was sind Weihnachtsklassiker für euch? Der kleine Lord zum Beispiel. Der kleine Lord. Sehr gut. Das ist wunderbar. Kennt ihr Mixed Nuts mit Steve Martin? Urlustig. Urlustig. Schöne Bescherung, Chevy Chase? Ja. Das, okay. Auch lustig. Weihnachten ist für mich auch immer Sissi. Sissi, ja. Sissi für immer. Stimmt. Und Winnetou lief auch immer Weihnachten. Es gab immer so eine Sendung, Weihnachtsmann und Co. KG hieß das. Das werde ich dir nicht kennen. Das ist ganz, ganz modern, neu und so. Haben.... ARD Text im Auftrag von Funk